Der Fujiyamanai Club bedeutet für mich Selbstverwirklichung und ich dachte eigentlich mit jungen Menschen zu arbeiten weiterzugeben was ich gelernt habe und einen Beitrag zu leisten für diesen Kids wo ich lebe das würde für mich ein Traum und es heißt glücklich zu sein und das weiterzugeben. Manchmal, ich weiß es nicht, ich bin so glücklich, dass vor der Show beginnt ist die Stimmung im Saal, die Leute erwarten etwas und der Moment, dass das Licht hochgeht sind sie voll dabei und bin ich sehr sehr dankbar dafür, dass die Menschen, die hier kommen, die möchten gern hier sein, die sind offen und am Ende stehen die auf dem Tisch. Es erwartet in der Show am 21. März. Wir haben ganz tolle Künstler am Start, wir haben Beatbox, wir haben Tanz, verschiedene Arten von Tanz, von Bollywood bis zum Breaktanz, Jazz, Hip-Hop-Tanz, wir haben tolle Sänger in unserer Show. Es wird leider muss ich sagen wieder der Hammer.